Musik Ich bin im Süden Thüringens unterwegs. Hier prägen großflächig zusammenhängende Fichtenbergwälder die Landschaft. Diese werden größtenteils forstwirtschaftlich genutzt, sind aber anfällig für Krankheiten und Windbruch. Nur an wenigen Steilhängen gibt es noch Laub- und Mischwälder. Musik Und das, das bin ich, David. Ich bin Ökologe und Filmemacher und über mehrere Jahre habe ich das Leben in verschiedenen naturnahen Wäldern beobachtet. An verschiedenen Orten richtete ich Untersuchungsstellen für ein Wildtiermonitoring ein. Musik Ich kontrolliere meine Wildkameras und lese die Daten am Laptop aus. Eine der häufigsten Arten hier im Thüringer Schiefergebirge ist der Rothirsch. Dies ist zwar eine typische Art für Waldbiotope, ursprünglich ist der Rothirsch aber eine Art offener und halboffener Landschaften. Durch den Menschen wird er aber in Mitteleuropa hauptsächlich in größere Waldgebiete zurückgedrängt. Ursprünglich wechselten Rothirsche über große Strecken zwischen Sommer- und Wintereinständen. Aufgrund der Verdrängung durch den Menschen, die Zerschneidung der Landschaft und dem Verlust von Lebensraum sind diese Wanderungen kaum noch möglich. Dies birgt erneutes Konfliktpotenzial zwischen Mensch und Tier, da das Rotwild in der Forst- und Landwirtschaft hohe Wildschäden verursachen kann. Ein Kreislauf, in dem die Art gegen den Menschen nur verlieren kann. Rothirsche leben in sozialen Gruppen zusammen. Diese können sich in ihrer Größe, je nach Lebensraum unterscheiden. Dabei ist das Zusammenleben im Rudel oder Trupp für die Tiere essentiell. In den Aufnahmen sind oft Hirschkühe mit ihren Kälbern zu beobachten. Die lästigen Mücken stören Mutter und Junges gleichermaßen. Dagegen hilft zumindest für kurze Zeit ein kühles Bad im Wasser und Schlamm. Die Entwicklung des weiblichen Rothirsches ist etwa im fünften Lebensjahr abgeschlossen, die des männlichen Hirsches circa im sechsten Lebensjahr. In Ausnahmefällen können Rothirsche in freier Wildbahn bis zu 18 Jahre alt werden. In den Aufnahmen kann man über die Zeit ebenfalls gut die Entwicklung des Geweihs beobachten. In ihrem ersten Lebensjahr bilden junge Hirsche unverzweigte Geweihe aus, weswegen sie auch Spießer genannt werden. Die Geweihbildung beginnt bei den männlichen Hirschen ungefähr im März und dauert bis circa Juli bis August an. Bei großen, ausgewachsenen Hirschen wiegt das Geweih circa 4 bis 5 Kilogramm und wird von Februar bis April abgeworfen. Gleich darauf beginnt die Geweihbildung von Neuem. Nach einem anstrengenden Drehtag genieße ich den Sonnenuntergang. Es gibt noch einen Kaffee am Straßenrand, bevor es weiter zur nächsten Location geht. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Untertitelung des ZDF, 2020